Auf der Eifelfahrt, Auge achten! Ist klar! Warschau! 10 Uhr vergleicht, ich bin in Wieselraum. Trimmrechnung stimmt? Jawoll, ich bin in Wieselraum. Das ist 9 nicht. 1 über 10! 10! Warschau! Wollen wir mal hier zeigen? Was ist denn da nicht passiert? Ja, U32, Brot von Berthold. Der hat ein Geleitstunde entdeckt. Nicht weit von hier. 10 Stunden müssen wir dort sein. Keine Sichten mehr! Keine Sichten mehr! Zwecklos! Planerraum zum Tauchen! Planerraum zum Tauchen! Einsteigen! Planerraum zum Tauchen! Planerraum zum Tauchen! Planerraum zum Tauchen!